Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es soweit und wir richten das Juwel-Aquarium ein. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Und dann wollte ich noch ein bisschen was für Hintergrund haben oder Übergang haben, dass es ein bisschen schneller wächst, weil... Im letzten Video habe ich euch das Setup gezeigt und gesagt, dass ich es als Aquascape bzw. Pflanzen-Aquarium einrichten möchte. Und das werden wir auch heute machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für ein Harzgewicht ich verwenden werde, weil ich habe schon mal ein bisschen was rausgesucht. Und zwar hier zwei Zwiftwurzwurzeln. Jetzt liegen die noch ein bisschen kreuz und quer drin und sind auch ziemlich groß. Also hier stehen die auch einfach noch an, aber ich kann noch ein bisschen anders dran legen, braucht halt mehr Stabilität. Aber ich glaube, das könnte ganz gut sein, weil es auch relativ einfach ist. Ich möchte ja auch viele einfache Pflanzen verwenden. Das einzige, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, dass ich da nicht mehr so viel Platz habe für Pflanzen. Aber ich würde sagen, wir holen die mal raus und fangen mit dem Bodengrund an. Also die Wurzeln sind schon relativ groß. Ich werde mal schauen. Aber ich denke, dass die ganz gut passen würden. Die Beleuchtung lasse ich aber auf den Aquarium drauf beim Einrichten. Das ist natürlich manchmal ein bisschen ein Weg mit der Abdeckung. Aber zum einen möchte ich halt natürlich was sehen, was ich mache. Und zum anderen wirkt das auch immer anders. Also vor allem bei den Wurzeln. Wenn die Schatten machen, schauen die immer mit Licht anders aus als ohne. Ich benutziere natürlich wieder Aquarium Soll und wieder den von Tropica ist so mein Favorit. Also den benutze ich fast immer. Und Soll ist ein aktiver Bodengrund. Der sorgt dafür, dass die Pflanzen mehr Nährstoffe bekommen. Zum einen durch die Wurzeln, was im Soll wachsen. Aber auch durchs Wasser, weil Soll speichert auch Nährstoffe und gibt sie wieder ab. Dann stabilisiert er den pH-Wert und reguliert den pH-Wert ein bisschen runter. Und er reduziert die Carbonathärte, was auch gut ist für Pflanzen-Aquarien. Also hat sehr viele Vorteile. Und ich benutze den auch jetzt hier pur, also ohne Untergrund. Also sobald ich über 10 cm Bodengrund haben möchte, benutze ich noch Laberbruch als Unterbau. Aber wenn ich eh nur bis maximal 10 cm aufschütte, so wie ich es hier machen werde, benutze ich nur den reinen Soll. Ich habe hier noch einen offenen Sack. So, das Soll ist jetzt vorne ca. 2-3 cm hoch und hinten, ich denke mal so 4-5-6 cm hoch. Also auch einen Aufstieg nach hinten, sodass das Ganze ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Aber nicht so extrem, wird ja ein relativ einfaches Nature-Aquarium und da braucht man gar nicht so eine hohe Steigung. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Deshalb mache ich nur einen leichten Anstieg nach hinten, aber gar nicht so viel. Und jetzt ist die Frage, ob ich diese Wurzeln wieder verwenden soll. Aber ich hole zuerst noch Steine. So, ich habe noch ein paar von den schwarzen Lavaperrels von Arca. Das sind wasserneutrale Steine, also das sind Basaltgestein, Lavagestein, was so rund gespült ist. Und davon habe ich auf jeden Fall ein paar da, aber nicht so viele. Aber halt einen sehr großen. Der ist sehr nice auf jeden Fall schon mal. Also ich bin mir echt unsicher. Ich glaube, dass die Wurzel einfach zu groß ist, also das Twifthood, was ich hier habe. Das ist einfach zu massiv. Jetzt habe ich hier noch eine von den Talawa-Wurzeln. Und die habe ich jetzt auch überlegt. Wenn man irgendwie sowas hier draus macht. Oder hier habe ich auch noch Wurzeln, zum einen von 120p. Also so kleineres, dünneres Twifthood. Also so etwas. Das ist halt teilweise noch ziemlich voll mit Moos. Also müsste ich mit leben, dass wahrscheinlich das Moos wiederkommt. Und auch die zum Beispiel hätte ich davon noch. Vielleicht doch die. So irgendwie so. Weil auf das Moos habe ich nicht so viel Lust, ehrlich gesagt. Weil ich hätte noch das Twifthood, wo kein Moos drauf war. Also ich glaube, das funktioniert so. Ich habe ein bisschen Soll nach vorne geschoben. Den schiebe ich jetzt wieder nach hinten. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe versucht halt bis nach oben das Harzgeb zu bauen. Also bis fast nach oben. Dass das Aquarium halt wirklich auch voll ist. Aber trotzdem noch viele freie Bereiche hat. So wie hier der Bereich, dass der hier frei ist, wo Pflanzen sind. Und auch wenn man von oben schaut, habe ich hinten ziemlich viel Platz für Pflanzen. Und vorne ein bisschen weniger, aber auch Platz, dass ich halt nach unten greifen kann. Hier ist die einzige Stelle, wo vielleicht ein bisschen schlecht wird zum Scheibenreinigen. Aber das ist nicht so schlimm. Und auch hier ist auch noch Platz. Und hier hinten komme ich über die Hinterseite hin. Dass ich auch überall hinkomme zum Pflanzen schneiden und so weiter. Und zum Einsetzen vor allem auch. Die Wurzeln hier sind Zwiftwood. Und die hier wiegt so circa 2 Kilo. Und die so 1 Kilo circa. Ich würde sagen so 2,5 bis 4 Kilo braucht man für so ein Aquarium. Kommt immer ein bisschen auf die Wurzeln drauf an. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und auch die Steine. Das sind jetzt die Lava Pebbles. Ich würde sagen die wiegen so circa 10 Kilo. Weil eine große schon ziemlich schwer ist. Ich habe leider keine mittleren mehr. Aber ich glaube es reicht trotzdem. Weil ich möchte ja auch viele Pflanzen haben. Und wenn ich jetzt zu viele Steine benutzen würde. Hätten die auch einfach keinen Platz mehr. Aber so 1,2. Kann man noch platzieren. Und das reicht erstmal. Vielleicht habt ihr es jetzt auch schon ein bisschen mitbekommen. Die Steine, die Wurzeln und so halten nicht schon alleine. Die verrutschen immer wieder mal. So wie hier jetzt. Und das möchte ich halt im laufenden Aquarium nicht haben. Und die Wurzeln würden auch auftreiben. Deshalb verklebe ich die jetzt. Dafür benutze ich den flüssigen Sekundenkleber von Microblift. Den Planescaper. Und Wattepads. Dann nimmt man einfach ein Stück von dem Wattepad. Steck das zwischen die Wurzeln oder zwischen die Steine. Und tropfe ein bisschen Sekundenkleber drauf. Also dass das ganze Wattepad richtig getränkt ist. Und das trocknet innerhalb von wenigen Sekunden. Maximal eine Minute oder so. Dann ist es bombenfest und hält. Das mache ich jetzt bei einigen Stellen. Damit das wirklich gut hält. Man kann das entweder jetzt irgendwie mit Sägespäne oder so verdecken. Oder mit Säulen. Oder nachher einfach Pflanzen drüber setzen. Also. Ich weiß schon, dass ich hier überall Aufsetzerpflanzen haben möchte. Deshalb mache ich mir nicht so viele Gedanken. Weil ich setze hier einfach in eine Pflanze drauf. Und hier ist es so. Je akribischer man jetzt das ganze verklebt. Desto weniger Sorgen hat man später. Weil später ist es immer ärgerlich. Wenn auf einmal irgendwie eine Wurzel abbricht und verrutscht. Und jedes Mal wenn man irgendwas in einem Aquarium macht. Muss man die Wurzel wieder ausrichten. Oder irgendwelche Pflanzen schwimmen auf. Weil das Harzgebot verrutscht. Deshalb lasse ich mir da Zeit und verklebe alles gut. Zusätzlich benutze ich dann noch den Microplift Body Clue. Das ist so ein Kautschuk-Unter-Wasser-Kleber. Der braucht länger zum Austrocknen. Ist aber dann dafür elastisch. Und vor allem bei Holz ist es ganz gut. Weil die Klebestelle dann einfach länger stabiler ist. Weil bei Sekunden klebern kann es leicht mal sein. Dass man die einfach mal abbricht. Und dann das Holz nicht mehr hält. So alles verklebt. Also es hält jetzt schon mal sehr gut. Muss noch ein bisschen trocknen. Dann hält es noch besser. Und jetzt kommt noch eine Schicht Powdersoll drauf. Also es ist ein feineres Soll. Davon einfach eine dünne Schicht. Über alles drüber. Und da kann man dann Pflanzen besser einsetzen. Oder einfach einsetzen. Und es sickert nicht so viel Schmutz in den Bodengrund. Und wie Fischkot oder Futterreste. Sie sickern dann nicht so schnell in den Bodengrund an. Und so Ecken mache ich dann noch mit dem Soll Scoop. Gibt es bei mir im Shop. Und könnt ihr bestellen. Damit fülle ich dann noch die Ecken und so ein. Und so sieht jetzt das fertige Hardscape aus. Also der Soll ist jetzt ein bisschen dicker geworden. Also jetzt so circa drei Zentimeter mit der Powder Schicht. Und sonst ist alles verklebt. Und wir können uns gleich um die Bepflanzung kümmern. So ein paar Tage sind vergangen. Das Hardscape steht. Mir gefällt es immer noch sehr gut. Und ich habe jetzt nichts umgebaut. Und ich habe die Pflanzen gekauft. Natürlich wieder bei Liquid Nature. Gibt es einfach die beste Auswahl und die beste Qualität. Da habe ich mir einige ausgesucht. Ich habe darauf geachtet, dass es viele einfache Pflanzen sind. Ich habe zwar CO2, aber halt relativ schwaches Licht. Deshalb einfache Pflanzen. Damit das Ganze auch einfacher ist. Die Pflanzen kommen immer in so Beutel verpackt. Und wenn ihr die kauft, müsstet ihr die nicht sofort einpflanzen. Sondern habt ein bisschen Zeit, die in den Beutel zu lassen. Die werden ja auch in den Beutel verschickt. Also wenn ihr die kauft, könnt ihr auch am nächsten Tag. Oder erst in zwei oder drei Tagen das Aquarium bepflanzen. Wichtig ist nur, dass wenn ihr nach Hause fahrt. Das Auto da nicht in der Sonne steht. Wenn ihr irgendwo auch dazwischen woanders hinfährt. Weil dann wird es ziemlich warm. Und das mögen die Pflanzen nicht so. Ich habe hier zum einen einige Topfpflanzen gekauft. Und auch ein paar in vitro Pflanzen. Weil ich finde manche Pflanzen sind besser als in vitro. Manche Pflanzen sind besser als Topfpflanzen. Und manche gibt es vielleicht nur als Topf und manche nur als in vitro. So ist der Unterschied wo ich immer entscheide. Und ich würde sagen wir fangen mit dem Boden Decker an. Also ich möchte vorne einen Boden Decker also auch Pflanzen haben. Und da sind viele Sachen ein bisschen schwierig. Edocharis oder Hemeanthus cuba. Könnte ein bisschen schwierig sein mit dem Licht. Deshalb habe ich mich für Glantium tenellum green entschieden. Ist eine relativ einfache Pflanze. Was aber auch einen schönen Boden Decker macht. Und auch mit wenig Licht kommt die auch gut zurecht. Also ich komme die immer in so ein Nährmedium. Den nehme ich raus. Dropse sie so ein bisschen ab. Und gebe sie in den Becher mit Wasser. Schütte das Nährmedium hier rein. Und davon habe ich eins, zwei, drei, vier Stück. So einfach so im Wasser durchspülen. Und dann hole ich mir die raus. Das sind mal Silanthium. Dann habe ich noch eine Pflanze für den schattigeren Bereich. Und zwar die Leopsis brasilensis. Könnte man auch als Bodendecker verwenden. Wächst noch langsamer. Also wird das dann länger dauern bis der Bodendecker dicht wäre. Aber könnte man auch benutzen. Aber die möchte ich jetzt mehr so in Übergang haben. Und auch so ein bisschen Kombination. Dass es nicht nur der Silanthium ist. Dann haben sie ein paar schon geschrieben in den Kommentaren. Dass wahrscheinlich viele Kryptokurinen reinkommen. Und das stimmt. Ich fange mal vorne an mit der Kryptokurine pava. Das ist eine relativ kleine Pflanze. Also so wie die wird die maximal. Wenn die nicht sogar eher kleiner bleibt. Also dann unter Wasser. Weil das ist ja über Wasser gewachsen. Ich nehme mir hier einfach die Steinwolle ab. Nehme mir dann hier eine Pinzette. Und streife die so runter. Die gibt es zum Beispiel auch als in vitro. Aber ich wollte da jetzt den normalen Topf haben. Weil ich finde der passt ganz gut. Die Wurzeln kürze ich mir hier noch ein bisschen. Ich habe hier meinen Tool Stand mit den ganzen Tools. Das wichtigste was man braucht ist eine Pinzette und eine Schere. Zum Beispiel so eine gebogene Schere. Und ich würde sagen so eine mittelgroße Pinzette. Das ist so das Minimum an Tools was man braucht. Alles andere ist eigentlich extra. Braucht man nicht unbedingt. Ist aber manchmal nice to have. Von der Pava habe ich eine Portion gekauft. Weil ich noch welche da habe. Und zwar habe ich hier noch. Von 120p. So ein paar Portionen. Und da schneide ich mir auch die Wurzeln zu. Also da wird nochmal denke ich ein Topf. Und der ist schon ein bisschen vertrocknet. Aber das ist nicht so schlimm. Also würde ich sagen so drei Portionen. Oder drei Töpfe wären nicht schlecht. Man kann es natürlich ein bisschen aufteilen. Und dauert es halt ein bisschen länger. Bis die da wieder schön nachgewachsen ist. Dann als nächstes noch eine Kryptokurine. Und zwar Kryptokurine Ventiqueen. Habe ich jetzt als in vitro. Dann geht es weiter mit noch einer Kryptokurine. Und zwar die CRISPATULA. Die wird um einiges länger. Also bekommt sehr lange Blätter. Ist also für den Hintergrund. Und die sind so ein Gelmedium drinnen. Also die streifen wir hier ab. Und spülen sie auch durch. Die ist für den Hintergrund. Genauso wie die Kryptokurine Spiralis Vet. Also eine rote Kryptokurine. Was auch lange Blätter bekommt. Ist auch eine sehr coole Pflanze. Was ich selbst noch gar nicht verwendet habe. Und auch auf jeden Fall schon lange vor hatte. Dann geht es weiter mit Aufsitzerpflanzen. Und da ist man eine die nicht so bekannt ist. Und zwar die CHISMOTOCLOTIS PEREIDOI. Also die sieht man nicht ganz so oft. Guckt mir vor. Oder hat man nicht gleich im Kopf. Wenn es ums Aufsitzerpflanzen geht. Kann man auch im Boden setzen. Aber auch als Aufsitzerpflanze benutzen. Ich finde eine Mischung aus Krypte und Bucephalandra. Und Anubias könnte man sagen. Aber halt mit den gewählten Blättern. Hat man häufig auch bei Bucephalandras. Fertig. Und dann noch einen zweiten Topf. Also zwei Töpfe davon. Dann ganz klassisch Anubias. Und zwar die ganz normale Batterie NANA. Davon habe ich drei Töpfe ausgewählt. Gibt ja auch verschiedene Anubias Arten. Also so die Queen Jade finde ich auch ganz cool. Die hat so ein Mintgrün. Oder auch die Bonsai ist auch cool. Weil die kleiner ist. Oder die Petit. Aber ich wollte jetzt extra nicht Standard nehmen. Weil die halt günstiger ist. Und ich wollte auch so ein bisschen auf den Preis achten. Aber ich möchte jetzt nicht das günstigste Aquascape einrichten. Was man irgendwie machen kann. Weil ich möchte halt einfach, dass es gut ausschaut. Und mir gefällt. Und wenn ich jetzt nur auf den Preis achte. Wäre ich einfach am Ende nicht so zufrieden. Und dann hätte ich einfach nicht so viel Spaß daran. Aber so ein bisschen habe ich darauf geschaut. Dass ich jetzt nicht die teuersten Pflanzen nehme. Sondern da ein bisschen drauf achte. Dann einen Farn. Und da habe ich auch mal was Neues ausprobiert. Und zwar den Windelo. Also den Microsaurum Therapus Windelo Farm. Habe ich noch nie verwendet. Hat so Wedel an den Enden. Und finde ich eigentlich mal ganz cool. Also sieht man auch in Aquascape seltener. Es sind übrigens auch alle Pflanzen in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr davon was kaufen wollt. Schaut gerne bei Liquid Nature vorbei. Wie gesagt. Das finde ich mit die beste Qualität. Was man so bekommen kann. An Pflanzen. Viele von Tropica. Viele selbst gezogen. Und wenn ihr über den Link unten einkauft. Dann supportet ihr mich. Ihr zahlt nicht mehr. Und ich kann dann mehr so Projekte wie das hier umsetzen. Dann noch ein bisschen mehr für den Hintergrund. Hier einmal Apologetum Longliplomosum. Finde ich auch eine sehr coole Pflanze. Eine Knollenpflanze. Also können wir gleich sehen. Okay, da sind ein paar Steine drin. Dass hier so eine kleine Knolle drinnen sitzt. Da muss man aufpassen, dass man die nicht beschädigt. Also nicht mit einer Pinzette zusammendrücken. Und auch eher die Wurzeln dann einsetzen. Und die Knolle so raus stehen lassen. Also hier jetzt nicht die Wurzeln kürzen. Sondern einfach dann hier an den Wurzeln einsetzen. So dass die Knolle raus steht. Aber es ist auch eine richtig schöne Portion. Manchmal bekommt man nur die Knollen. Oder nur so ein, zwei Helme. Ist halt je nachdem wie sie gerade gewachsen ist. Und dann wollte ich noch ein bisschen was für einen Hintergrund haben. Oder Übergang haben. Dass es ein bisschen schneller wächst. Weil wenn man jetzt ein pflegerechtes Aquarium haben will. Und dann nur sehr langsam wachsende Pflanzen einsetzt. Also nur Aufsützer. Hat man an Anfang tendenziell eher Probleme mit Algen. Und dass das Aquarium stabil läuft. Und wenn man mehr Pflanzen hat, die schnell wachsen. Verbrauchen die viele Nährstoffe. Und das Aquarium läuft stabiler. Deshalb muss man da ein bisschen schauen. Dass man eine Kombination macht aus langsam wachsenden Pflanzen. Aber vielleicht auch so ein paar schnell wachsende Pflanzen. Ich habe jetzt hier Bacopa Caroliana. Ist nicht so am allerschnellsten. Aber schaut finde ich sehr cool aus. Und ich finde eine Stängelpflanze. Wenn man die so alle drei, vier Wochen mal zurückschneiden muss. Ist es nicht so schlimm. Wenn das Aquarium dafür viel stabiler läuft. So jetzt geht es ans Bepflanzen. Da gibt es eine Sache die finde ich sehr wichtig ist. Und zwar den ganzen Bodengrund zu besprühen. Weil was passiert mit den Pflanzen. Wenn man sie in trockenem Bodengrund einsetzt. Die Wurzeln trocknen aus. Und je nachdem wie lange man braucht. Kann es sein, dass dann Pflanzen kaputt gehen. Und das möchte ich auf jeden Fall ausschließen. Dass wenn Pflanzen schmelzen. Dass ich schonmal weiß. Es ist nicht weil die Wurzeln ausgetrocknet sind. Deshalb alles gut besprühen. Und wirklich feucht machen. Bei so größeren Aquarien kann man auch einfach mit einem Messbecher. Schonmal ein bisschen Wasser reinschütten. Dann saugt sich der ganze Boden schon an. Und jetzt nehme ich mir eine Pinzette. Ein bisschen größere. Also nicht die kleinste. Und fange mal an mit dem Vordergrund. Also ich fange immer vorne an zu bepflanzen. Weil wenn ich jetzt hinten die Pflanzen einsetze. Hängen sie nach vorne. Und sind wir im Weg. Und vorne ist es auch tendenziell feuchter. Dann trocknen die auch nicht so schnell aus. Also ich habe die ganzen Pflanzen jetzt nicht aufgeteilt. Sondern einfach nur vorbereitet. Also einfach nur abgewaschen. Und ich nehme die jetzt auseinander. Und reiße die jetzt so ab. Und mache mir hier so Portionen. Man kann die jetzt richtig klein aufteilen. Und jeden Halm gefüllt einzeln setzen. Finde ich es nicht so gut. Weil da zerreißt man zu viele Wurzeln. Und beschädigt die Pflanze. Ich mache die immer so um die daumendicke Portionen. Bei den Hylantium geht es fast besser. Wenn die ein bisschen größer sind. Und dann fange ich an zu bepflanzen. Und ich fange jetzt nicht an mal eine Ecke komplett zu bepflanzen. Weil sonst komme ich irgendwo hier an. Und merke ich habe fast keine mehr. Und habe dann eine Portion was ich hier aufteilen muss. Deshalb fange ich an kreuz und quer zu pflanzen. Also wirklich von einer Ecke zur anderen. Und werde langsam dichter. Weil so habe ich dann am Ende alles relativ gleichmäßig bepflanzt. Natürlich weil man jetzt sehr viel Pflanzen hat. Und mehr gekauft hat als man brauchen wird. Kann man auch ein bisschen dichter. Gleich am Anfang von einer Ecke pflanzen. Aber vor allem wenn man nicht so viel Pflanzen gekauft hat. Und ein bisschen weniger benutzen möchte. Ist es besser wenn es halt schön gleichmäßig verteilt ist. Und nicht halt an einer Ecke dichter. Und an einer Ecke nicht so dicht. Also hier ich weiß jetzt ca. wie viel Pflanzen ich habe. Ich kann das schon ein bisschen besser einschätzen. Deshalb fange ich hier mal an. So grob zu bepflanzen. Aber wenn man wirklich nur wenig hat. Oder erst mal anfängt. Und nicht so sicher ist wie viel das jetzt ausgeht. Dann ist es wirklich gut einfach wirklich. Sehr kreuz und quer zu pflanzen. Den ganzen Bereich wo man die Pflanze haben möchte. Also ich gehe schräg mit der Minzette. Von oben rein mit der Pflanze. Und ziehe die Minzette seitlich raus. Und tendenziell richte ich mir den Säulen auch mit der Minzette. So dass ich die ein bisschen eingrabe. Je nachdem wie der Säulen so steht. Jetzt habe ich hier noch das die Leopsis Brasileensis. Das lasse ich jetzt mal übrig. Weil ich jetzt die Kryptokurinen einsetze. Und dann schaue wo noch Platz ist. Weil die Kryptokurinen können auch in den schattigen Bereich. Hier ist einmal die Kryptokurine Queen. Einmal hier gedacht. Weil hier ist eine größere Lücke. Weil die wird auch ein bisschen größer. Also jetzt nicht so riesig. Aber schon größer ist jetzt der Celantium und auch die Pava. Und hier hinter. Habe ich mir die auch gedacht. Dann hier die Pava. Die soll in den Übergang gehen. Von Celantium zu den Steinen. Zum Beispiel hier. Kann man sich auch einfach so aufteilen. Damit man mehr Portionen hat. Dann hier davor. Und ich finde es immer gut, weil das Ganze ausgeglichen ist. Also wenn ich jetzt nicht nur die eine Pflanze auf der einen Seite habe. Zum Beispiel hier Kryptokurine Queen. Und hier drüben auch. Die Pava habe ich so generell verteilt. Weil das wirkt dann natürlicher als wenn man eine Pflanze nur auf einer Seite hat. Wenn das Ganze so ein bisschen verteilt ist. Und zwischendurch kann man immer wieder besprühen. Vor allem zu größeren Pflanzen. Beim Bodendecker ist es meistens nicht so problematisch. Weil der jetzt ziemlich feucht ist. Wenn der Boden noch nass ist. Aber sonst immer wieder mal sprühen. Besser zu oft als zu wenig. Dann kommt als nächstes der Hintergrund. Und die Aufsetzer kommen am Schluss. Jetzt habe ich hier einmal die Apologetum Longliplomosum. Dann habe ich hier noch die Crispadula. Da sieht man schon die geht in dieselbe Richtung. Und hier noch die Spirale Shred. Und dann muss man halt beachten. Die zwei in den in vitro Töpfen werden auch so wie die werden. Also auch ziemlich groß und ziemlich lang. Muss man auch beachten wenn man Pflanzen kauft. Von vorher vielleicht googelt wie die dann später aussehen. Vor allem bei den in vitros. Wenn man jetzt nicht einen Laden hat. Wo man Personal hat die sich auskennen. Am besten vorher immer schauen. Wie groß ist die Pflanze in Aquarien von anderen. Das was dabei steht ist manchmal nicht ganz so akkurat. Am besten schauen wie sie in anderen Aquarien aussieht. Ich setze die gleich hier mal hinten vor den Filter. Damit die von Anfang an schon den Filter verdeckt. Dann habe ich hier die Crispadula. Die schaut noch ziemlich verdreht aus. Aber die wird noch werden. Die setzen wir hier so verteilt hin. Weil wir hier eine Strömung haben. Die von hier so rüber geht. Werden die so rüber wehen. Also auch hier. Der wird halt so rüber gehen. Und deshalb setze ich die Pflanze nicht ganz links hin. Weil ganz links werden dann die Blätter nach vorne gehen. Und nach vorne alles abdecken. Das möchte ich nicht unbedingt. Deshalb nur mehr im rechten und mittleren Bereich. Jetzt hier die Spirale Shred. Ist noch ziemlich klein. Und wird auch ein bisschen länger. Braucht ein bisschen größer wird. Dafür hat man in den Vitro Topf relativ viele Portionen drinnen. Also relativ viele kleine Pflänzchen. Und die setze ich vor allem so dahinter. Aufgeteilt hin. Die ist auch ein bisschen niedriger. Beziehungsweise braucht halt auch ein bisschen länger. Deshalb setze ich sie auch weiter hinten. Hinter den der einen Wurzel ein. Weil wenn man da die langen Blätter immer weg nimmt. Dann kann man die auch ein bisschen niedriger halten. Dann sollte die da hinten auch gut passen. So dann kommt jetzt die Pakopa. Die können wir auch noch so aufteilen. Die ist auch schon sub-mäßig gewachsen. Also unter Wasser. Das ist ganz nice. Weil man braucht sich die nicht nochmal umstellen. Und mit denen fülle ich jetzt die mittleren Bereiche hier aus. So einmal hier in der Mitte. Und natürlich noch hier. Um den großen Bereich hier zu füllen. Dann habe ich noch das Liliopsis. Ich glaube das könnte man fast weglassen. Wobei. Na ja. So ein bisschen gemischt. Ich setze jetzt auch halt vor paar Stellen. Wo es halt nicht so schattig ist. Auch einfach mal jetzt hier zu der Krypte. Die wird zwar das ganze hier einnehmen. Aber dass zumindest vielleicht am Anfang ein bisschen mehr davon da ist. Und dann kommen jetzt noch die Aufsitzerpflanzen. Die bespricht jetzt auch noch schnell hier. Weil die trocknen leichter mal aus. Und da fange ich mit den größten an. Das sind jetzt hier die Fahne. Ich werde mir die auch noch so aufteilen. So hier haben wir dann zwei Stück. Dann kommt der Long Diplomosum hier mal nach hinten. Und ich glaube hier so. Einmal. Dann möchte ich den auf jeden Fall auch hier haben. So dass er den Filter hier ein bisschen verdeckt. Und da brauche ich jetzt Kleber. Weil da jetzt keine Spalte. Wo ich den reinstecken kann. Dann habe ich einfach den Planescaper. Den gelförmigen von Mycube Lift. Schau nochmal wie sie jetzt hier drinnen passt. Also wie ich die jetzt hier aufklebe. Und ich klebe die so hinter die Wurzel. Also ich klebe die jetzt nicht einfach hier drauf. Sondern hier hinter hin. Weil dann sieht man den Stängel nicht so. Also einfach hier. Dahinter. Drauf drücken. Und dann sieht man weniger vom Stängel. Dann haben wir noch einen zweiten. Auch wieder dasselbe Spiel. Das Ganze soll ausgeglichen sein. Deshalb. Auch weiter auf der Seite. Hier ist auch seine Spalte. Also ich stecke die am liebsten in den Spalten. Weil das einfach besser für die Pflanze ist. Wenn man sie jetzt irgendwo festklebt. Dann bei der Schismatoklottis. Die werde ich auch zum Teil in den Boden stecken. Weil die das auch kann. Und da habe ich hier noch so ein paar Stellen. Auf die Wurzeln. Dann fange ich weiter mit der Anubias. Die Anubias. Habe ich vor allem für solche Stellen hier. Hier sieht man Kleber. Und da gefällt mir auch der Übergang nicht so. Ich stecke hier einfach eine Anubias dazu. Und das Ganze schaut gut aus. Dann natürlich wieder auf der Seite. Dann hier oben. Das verdeckte Filter auch nochmal mehr. Und dann haben wir noch eine zum Kleben. Hier. Dann haben wir noch eine Schismatoklottis. Und jetzt natürlich bis wir das Ganze mit Wasser voll befüllt haben. Immer wieder besprühen. Also am besten gleich mal. Besprühen dass auch die Aufsitzer feucht sind. Und die Wurzeln davon. Dann zu befüllen. Machen wir einen Trick mit der Küchenrolle. Dann werden wir gleich den Rest hier nehmen. Dass wir hier wo wir einfüllen alles ausfüllen. Dann können wir schon befüllen. Am Anfang am besten langsam. Und während das Ganze jetzt befüllt wird. Ich freue mich mal hier das ganze Zeug hier weg. Jetzt hätte ich eine Sache fast vergessen. Und zwar der Gelfilter. Machen wir auf. Und ich habe schon im letzten Video gelesen was die Watte angeht. Okay hier der Kohlefilter. Den muss natürlich auch noch zuspülen. Viele haben mir geschrieben dass sie die Watte verwenden. Und wenn sie sie nicht verwenden. Dann ist der Filter viel schneller zugelegt. Und da stimmt natürlich. Und ich werde wahrscheinlich die Watte verwenden. Und immer wieder austauschen. Also manche haben mir geschrieben. So einmal die Woche. Alle zwei Wochen. Und die Wattdinger kosten nicht viel. Also werde ich hier erstmal eins reinlegen. Die zwei hier aufheben. Und dann die mal austauschen oder auswaschen. Ich denke hauptsächlich austauschen. Weil so Wattdinger kann man relativ schlecht auswaschen. So den Kohlefilter habe ich mal ausgewaschen. Dann machen wir mal unten. Auf den ganzen Filtermedien Gehfel da drauf. Und dann hier noch. Braucht man nicht unbedingt. Aber dadurch können sich die Filtermedien schneller auf die Filtermaterialien ansiedeln. Also auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn man will dass das Aquarium schneller stabil läuft. Ich werde da jetzt kurz warten. Und langsam auffüllen. Und dauert das eh so 10-15 Minuten. Wenn ich da noch ganz leicht aufdrehe. Und dann können die auch gut einwirken. Also soll so 15-30 Minuten. Auch die Filtermedien drauf sein. Bevor man es befüllt. Deshalb ganz langsam befüllen. Während das Aquarium hier langsam voll läuft. Machen wir mal das CO2. So habe ich euch schon im letzten Video gezeigt. Ich möchte die chemische CO2 Anlage von AK benutzen. Weil die einfach am einfachsten ist. Ich brauche immer nur die Boxen hier da haben. Dann kann sie immer nachfüllen. Wenn sie leer wird. Dann brauche ich nicht irgendwo hinfahren. Die Flasche zu tauschen. Und das geht auch ziemlich einfach. Und zwar hat man hier zwei Komponenten. Einmal Komponente A. Einmal Komponente B. Hier ist auch so ein Trichter dabei. Da habe ich mir auch schon 900 Milliliter Wasser vorbereitet. Hier sind jeweils 600 Gramm. Also steht hier auch drauf. 600 Gramm. 600 Gramm. 900 Milliliter. Dann kommt zuerst Komponente A ran. Das ist Natron. So wichtig ist dann das obere Teil vorzubereiten. Also hier ist so eine Kammer mit Trocknungsperlen. Und da ist wichtig, dass die Perlen nicht weich sind. Also wenn die nass werden, dann werden die weich und kühlen auf. Dann kann man die trocknen. Jetzt noch mal ein Säckchen dabei mit neuen. Dann kann man die mal austauschen. Das muss ich jetzt in dem Fall nicht machen. Weil das noch ganz gut klingt. Also sonst wenn man schüttelt und man hört nichts. Dann sollte man die austauschen. Das am besten bereit legen, dass man das gleich raufschrauben kann. Und jetzt schräg halten. Und langsam das Wasser anfüllen. So und dann vielleicht raufschrauben. Hier noch zuschrauben und dann kann nichts passieren. Jetzt merkt man schon, dass es kalt wird. Also es geht ziemlich schnell. Es reagiert gleich. Wichtig ist nicht schütteln. Weil sonst kommt die ganze Flüssigkeit auch hier in den Druckregler rein. Und da sind die Trocknungsperlen zu. Das sollte man nicht machen. Ich mache es dann immer so, dass ich hier ein Handtuch oder was nehme. Dann eine Flasche drauf stelle. Die erstmal ein paar Stunden hier stehen lasse. Und dann studiere ich es im Aquarium. Hier mit dem Blasenzähler. Da können wir Wasser einfüllen. Wichtig ist, dass man da Osmosewasser einfüllt. Also jetzt nicht irgendwie Leitungswasser. Sonst verkalkt das da drinnen. Also ich befülle das Aquarium auch mit Osmosewasser. Dann kann ich das gleich voll füllen. Das ist mir da, um das mal grob einzustellen. Und zu überprüfen, ob CO2 kommt. Also es muss nicht unbedingt Wasser drin sein. Also es funktioniert auch ohne. Und zum genauen Einstellen brauchen wir eh noch was anderes. Dann können wir das hier so draufstecken. Hier haben wir dann Schlauch dabei, der zum Aquarium führt. Zum Diffusor. Es ist ein Glasdiffusor dabei. Der gefällt mir optisch nicht so. Aber man kann ihn trotzdem benutzen. Dann braucht man keinen extra kaufen. Ich benutze aber gerne den Edelstahl von AK. Also der ist auch richtig nice. Kann man auch einfach hier dann reinstecken. Dann ist es fest. Kann das leicht abziehen. Einfach hier rein drücken und raus ziehen. Dann kann man den reinigen. Man kann hier die Membrane rausschrauben und in Chlor einlegen zum Reinigen. Dann schaut die wieder so aus wie hier. Komplett weiß. Habe ich letztens gemacht. Und der gefällt mir einiges besser. Den werde ich gegenüber vom Filter installieren. Also links in der Ecke. Und dann brauchen wir noch was um das CO2 genau einzustellen. Um zu wissen wie viel CO2 ist jetzt im Aquarium. Und dafür brauchen wir noch einen Dauertest. Und der ist leider nicht in dem Set dabei. Finde ich nicht so gut. Also das wäre auch gut wenn der dabei wäre. Weil den braucht man eigentlich schon wenn man ein Aquarium hat. Mit CO2 und mit Fischen. Oder generell mit CO2. Hier gibt es aber ein Set von Arca. Da ist ein Dauertest. Und die Testflüssigkeit drinnen. Die schrauben wir einfach auf. Dann kann man die hier so rein tropfen. Das erste Stück geht immer ein bisschen. Am besten langsam. Dann bleibt das auch nicht stecken. Und es ist im Grunde egal wie viel man einfüllt. Wichtig ist. Dass zwischen der Flüssigkeit und dem Aquariumwasser ein Luftpolster ist. Weil das CO2 aus dem Wasser geht in die Luft rein. Und diffusiert in die Luft. Und dann verändert der CO2 Gehalt in der Luft. Den pH Wert der Flüssigkeit. Und dann wird er langsam grün. Und wenn es mehr wird dann auch gelb. Wenn zu viel CO2 ist. Den platziere ich mir gegenüber von der CO2 Versorgung. Also ich habe jetzt links hinten den CO2 Diffusor. Und rechts vorne werde ich mir den platzieren. Jetzt vor allem am Anfang damit ich ihn gut sehe. Damit ich das CO2 dann erstmal einstellen kann. Da kann man den auch ein bisschen verstecken. Aber ich lasse ihn meistens vorne. Dass ich immer gleich sehe. Wenn zum Beispiel das CO2 aus ist. Oder irgendwas nicht passt. Wenn es blau ist. Mitten am Tag. So nach der halben Zeit von der Beleuchtungszeit. Dann weiß ich. Irgendwas stimmt nicht. Vielleicht ist die CO2 Anlage leer. Weil der Dauertest funktioniert immer ein bisschen langsamer. Also wenn ich jetzt CO2 einschalte. Wird er nicht sofort grün werden. Sondern es dauert ein bisschen. Ich mache es immer so. Dass ich schaue. Dass der CO2 Dauertest ca. von der Hälfte von der Lichtdauer. Wenn ich jetzt 6 Stunden beleuchte. Sollte er nach 3 Stunden grün sein. Und nicht irgendwie bläulich grün. Sondern wirklich grün. Wenn ihr es nicht erkennen könnt. Schaut vielleicht. Dass irgendwas Weißes dahinter haltet. Und schaut. Ob das funktioniert. Wenn es auch nicht funktioniert. Dann wechselt man die Flüssigkeit. Vielleicht ist es mit Wasser vermischt. Dann kann es auch sein. Das irgendwie nicht so gut funktioniert. Und auch die Höhe ist wichtig. Weil CO2 steigt ja nach oben. Deshalb ist wenn er den ganz oben montiert. eher mehr CO2 im Wasser. Wenn er den unten montiert. eher weniger. Ich mache den immer so auf die Hälfte. Dann hat man so einen Durchschnitt. Dann geht's. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe jetzt leider gerade das Mikrofon nicht angehabt, deshalb muss ich das Ganze nochmal zeigen. Und zwar habe ich jetzt gerade das Wasser aufgeheitet, ich habe das hier mit Osmosewasser benutzt. Wenn ihr Leitungswasser benutzt, dann ist es für euch nicht so interessant. Deshalb kommt es weg. Dann habe ich noch mehr Bakterienzusätze reingegeben. Ich weiß, es sind relativ viele Mittel, aber die zwei würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Den Gelfilter und das, was gleich noch kommt, könnt ihr weglassen. Aber ohne Night Out 2 und Special Blend würde ich bei mir kein Aquarium mehr betreiben. Es sind Starterbakterien und noch Pflegebakterien. Starterbakterien benutze ich immer so die ersten zwei Wochen täglich. Und Special Blend benutze ich bei jedem Wasserwechsel, also meistens jede Woche. Hier würde ich schauen, dass ich jetzt zumindest die ersten zwei Wochen zweimal die Woche den Wasserwechsel mache. Und danach jede Woche. Und wahrscheinlich werde ich hier auch auf Dauer weniger Wasserwechsel machen, also nicht jede Woche. Aber die ersten Wochen, wo vor allem noch viel Holz drin ist, werde ich das versuchen, jede Woche zu machen. Ansonsten gibt es dann noch den Bacto Shot von Arca. Den benutze ich ab und zu mal, wenn ich Probleme im Aquarium habe. Das bindet Schadstoffe. Das sorgt dafür, dass das Aquarium ganz klar wird. Also wenn man ihn reinschüttet, jetzt kann ich das mal zeigen, wichtig ist, vorher gut zu schütteln. Aber wenn man ihn reinschüttet, macht es das Ganze ein bisschen milchig. Aber ein paar Stunden später oder einen Tag später ist das Aquarium glasklar, weil das bindet so Schwebstoffe. Die fallen dann zu Boden und im Idealfall saugt der Filter sie ein. Und bindet auch Medikamente, also auch nach Medikamenten kann man es verwenden. Ich werde es jetzt hier wahrscheinlich in ein paar Tagen verwenden, wenn ich sehe, dass so die ersten Pflanzen sich auflösen. Oder irgendwie Bakterienrasen entsteht von den Wurzeln, werde ich den Bacto Shot noch zusätzlich verwenden. Ansonsten zur Düngung möchte ich jetzt auch noch ganz kurz sagen, ich werde die Microwave Dünger verwenden. Aber erst in so drei, vier Wochen, je nachdem wie die Pflanzen aussehen. Also wenn ich sehe, dass die Pflanzen blasser werden, fange ich an zu düngen. Hauptsächlich mit MPK Dünger. Hier habe ich noch den Bio CO2 Dünger, ist dafür noch eine zusätzliche Kohlenstoffquelle, aber kein CO2 Ersatz. Ja, das war es mit den Dünger und den Zusätzen. Wie gesagt, Night Out 2 Special Plant würde ich euch sehr empfehlen. Rest ist optional. Dünger würde ich auch fast sagen, dass hier der Flüssigdünger gar nicht so wichtig ist. Vielleicht ab und zu mal, aber gar nicht so viel, weil man hat hier eine relativ schwache Lampe. Ich werde das Aquarium sechs Stunden pro Tag beleuchten. Vor allem die ersten Wochen würde ich euch das auch empfehlen, wenn ihr später mehr Licht haben wollt, also längere Lichtzeit. Dann geht langsam mit der Beleuchtung rauf, aber im Idealfall erst, wenn das Aquarium stabil läuft, also wenn vielleicht schon die ersten Fische drinnen sind und alles gut ausschaut. Dann kann man langsam mit der Beleuchtungszeit raufgehen, auf acht Stunden, auf zehn Stunden. Aber je kürzer man das Aquarium beleuchtet, desto stabiler läuft es. Das CO2 werde ich dann noch auf dieselbe Zeitschaltuhr stecken, wie das Licht, sodass es gleichzeitig angeht, wie das Licht und wie schon gesagt mit dem Dauertest einstellen. Ansonsten was den Tierbesatz angeht, werde ich jetzt in so zwei Wochen Garnelen und Schnecken einsetzen. Schnecken vielleicht schon in einer Woche, wenn ich sehe, dass Bakterienrasen kommt. Und dann so zwei bis drei Wochen später werde ich Fische einsetzen. Ich weiß noch nicht genau welche, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier haben wir ja eine Abdeckung, deswegen könnten wir vielleicht auch Fische einsetzen, die tendenziell rausspringen würden. Vielleicht auch irgendwelche Klassiker, Neons oder so. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr da für Vorschläge habt für das Layout. Ich habe auch noch geplant, ein Video zu machen, wie viel das Ganze gekostet hat. Also von Aquarium bis Einrichtung zur Technik. Also da habe ich jetzt noch ein Video gegeben, wo ich euch das genau aufschlüssel, was alles kostet. Ich denke, ich werde auch schauen, dass ich so die Pflegeprodukte, so wie Nitro 2 und Dünger und so auch mit einrechne, damit es halt realistisch ist, was man so braucht für ein Aquascape, wenn man vielleicht auch noch nichts zu Hause hat. Ansonsten würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich das ganze Setup finde und wie ich das Ganze aufgebaut habe, dann klickt in das Video rein, da zeige ich euch das Ganze und sage euch meine Meinung, wie mir das gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal.